Das stresst mich jetzt irgendwie. Dieser Seite geht zum Auto und der andere Seite geht zum Campground. Guckt euch das mal ganz genau an. Ich hab noch eine Besprechung. Oh, da ruft gerade einer an, da muss man eben ganz kurz hier eben. Frank! Frank! Der Scheiß ist dir! Hey Frank, scheiße!